Hallo Leute und heute spielen wir wieder Minecraft. Ich habe schon hier ein wenig Fleisch und heute spielen wir wieder Minecraft. Aber, aber wir spielen nicht Minecraft. Ja, so ist es. Auch wenn es ein bisschen unlogisch ist, das spielen wir oder nicht. Aber nein, wir spielen nicht. Ich zeige euch etwas. Ich habe hier etwas gebaut. Es dauerte mir circa zwei Stunden und ich hoffe, es gefällt euch. Ich gehe hier und dieses Video könnt ihr jemandem schenken. Zum Beispiel zum Geburtstag oder zum Namenstag oder zu irgendwas. Ich habe hier ein Haus für euch. Hier, wo ich gerne backe. Und hier habe ich ein Haus. Hier die Brücke. Ich nehme mir Fleisch gleich. Nein, nicht. So. Fleisch kommt schon. Ja, Fleisch ist fertig. Und was macht der hier? Keine Ahnung. Und wir schwimmen hier ein bisschen. Ja. Und hier, wenn ich rauf gehe, dann habe ich wieder etwas anderes. Und wir gehen jetzt drauf. Ja, wir gehen rauf. Und hier habe ich ein Schwimmbecken. Wir sehen könnt, ihr könnt nicht raus. Und es geht wieder zurück. Ja. Und ich kann hier in den Pool. Und dann habe ich hier eine Höhle, wo ein sehr warmes Wasser ist. Und es sehr toll ist. Und hier habe ich hier. Und dann brauche ich eine Sache. Im kreativen Mod. Und das ist Spitzhacke. Und in dieser Welt habe ich auch etwas gebaut. So, ich gehe. Ich lasse mich rauf fahren. Ich fahre rauf. Oder ja, so irgendwie. Und jetzt lasse mich es hier. Und es geht wieder hier lang. Und wenn ihr so geht. Und dann das macht. Geht drauf. Und hier. Dann habt ihr so eine Straße hier. Und da ist eine Mine. Probieren wir sie aus. Und ich weiß nicht, wo wir gehen. Da ist es. Und da ist eine Höhle. Da ist auch eine Höhle. Und eine Brücke. Wir gehen rauf. Und wir sind hier. Dann haben wir noch eins. Und hier gehen wir runter in die Hölle. Und hier. Und hier kann ich so das machen. Und ja. So, Materiale. Materiale, welche ich brauche. Ja. Ja, so. Und hier kann ich nach unten gehen. Oder wo ich will. Ja. Ja, diese Welt ist für Leute. Aber leider ist sie nicht zugänglich. Und das. Und das ist schade. Weil es geht nicht. Weil in dieser Welt bin ich nicht. Ich bin in anderen Welten. Da könnt ihr mich erschaffen. Aber in dieser Welt leider nicht. Und jetzt kann ich hier gehen. Nach unten. Das ist eine Rutsche. Hier ist ein Pool. Und hier ist das. Ja. Ich muss schneller raus. Ja, so. Und. Und da habe ich jetzt auch Materiale. Materiale. Und jetzt. Na, das hat der. Nix Gutes. Geweckt. Das ist mein Haus. Ja. Und noch. Ich habe. So. Ich habe hier das entdeckt. Das sieht super cool aus. Nur. Jetzt muss ich. Nur. Jetzt muss ich. Eine Sache machen. Und das ist. Nacht sehen. Ja. Diese Hölle. Das ist das Beste. Sieht sehr cool aus. So. Das hier. Und das. Und da. Ja. Einfach. Das ist das Beste. Was ich in dieser Welt gesehen habe. Geht das hier. Ich will nicht weg gehen. Ja. Und jetzt. Gehe ich raus. Raus. Aber wie. Ah. Hier. Ja. Und. Aber ihr. könnt euch so etwas bauen. Und es sieht ganz toll aus. Wenn ihr es macht. Und da zum Beispiel. habe ich das. Und da kann ich gehen. Ja. Ich fliege. Und wenn ich so schaue. Dann. Könnte ich auch. Bis. Da zum Beispiel. Oder bis da. Und da ist eine. Diese. Aber das sieht ganz cool aus. und ich hoffe es hat euch dieses Video gefallen. Und das wäre von heutigen Video alles. Und. Tschüss. Und. Und. Tschüss!